Falsch. Falsch. Äh... Mit Server. Hm, ne 7. Ach, das passt echt nicht. Okay. Gott geschafft. Okay. Hm, machen wir das aber so. Acht. Oh ne, ich sollte vorher von der Plattform gehen bevor ich die abreiße. Vielleicht. Ist meist sinnvoller. Ein bisschen. Geht das? Geht das? Oh, das geht so gerade. Okay. Dann. Dann. Natürlich. Ja. Ja. Also es geben müsste so ne Art Schnecke. Weißt du so, dass das nach oben geht mit den Corvea Builds. Die schon vorgecraftet ist. Das wär geil. Hm. Kalsch. So und jetzt nochmal, ich hab dir nicht ganz zu gehört. Irgendwie so ne Schnecke. So ne Corvea Builds Schnecke, die nach oben alles führt oder nach unten. Ach so. Das wär grad ein bisschen nice. Ich stell dich nicht so an. So. Da rein. Und da. So. Okay. Ups. Ist klar. Bin ein bisschen zu weit verschoben. Mhm. Hm. 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 Ich mach mal ne Schrauben einzeln auch noch. Nee ne. Weiß ich nicht. Ah. Nein. Nein. Ich mach ne Zwischenstation mit den Schrauben noch. Und das jut. Du wirst du das. Tut du das. Hm. Okay. Es läuft. Lecker. Lisches. Guck. Guck. Da peda. Da losилли. De. Du. De. De. 9! 9! Hm. Oops. Okay, dann. Das hier. Convair wollt's denn dafür, die Bahn da durchzuschieben, ne? Ja. Okay. Dort sind sie. Auch ganz cool, ne? Das sehe ich auch schon die ganze Zeit. Dass sowas gibt's. Oh, ich hab zu wenig Platten. Schon wieder. Super. Aha. Immer. Ne? Immer. Zu wenig Platten. Aber ich brauch immer nur Platten jetzt noch rausnehmen, dann geht das. Dann geht das ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Na-na-n-na-na-na-na-na. hallo ich kann dich halb zehn kannst du was ich doch nicht ja die plattform müssen ein bisschen gewachsen aber dass man diese komischen großen felsen hier nicht mit wegkriegen so wie mache ich jetzt das ding fertig kann ich dir nicht sagen wie du das jetzt fertig machst jetzt bräuchte ich so eine sonne wirklich so eine schnecke weil der platz und sache extrem hoch ich weiß nicht wie weit der von hier das ist leider zu steil ach das weiß ich selber ding das ist zu stellen das ist leider zu steil johann und ein paar so ein pöller bauen also nicht auf jeden fall ohne konkret gar nicht tja komfort bei mir ist auch ein bisschen was gewachsen ja mir ist halt nur die platz von krebser geworden in einem konkreter ist was hat 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 das ist 600 konkret toll du hast ja nichts mehr jetzt schon längst in zweiter anlage vom konkrete bauen sollen wenn du es ist ein fett sagt ne 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 3 hoch so 3 so 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 und dann von da da rein sehr schön so schön so dann weiß ich nochmal ups ding ach das das ding ist ja auch noch nicht angeschlossen ok hier laufen grad die ganze zeit nur zwei Minen und da kommt schon ne ganz schöne menge raus und dann mach ich noch noch eine da hin kuh dann das ding was ist jetzt drinnen was ist jetzt draußen was ist jetzt drinnen was ist jetzt draußen glaubt so rum ne ich glaub das sieht bisschen falsch aus aber nur ein bisschen nur ein bisschen nur ein bisschen nur ein bisschen mhm so rum ist da geht das ach ne das war doch schon richtig wenn es auf das geht was ach ja ich hab grad mal schnell den weg nach unten gemacht ja deswegen nutzt die ganze zeit mal dieses doppelfenster schon anstatt nur eins eins oder nehmen wir nämlich zwei oder drei ja gleich wenn es eins frei bleibt so das irgendein generator läuft nicht mehr bei dir da müssen wir mal wieder übernach filmen so okay holz hast du auf jeden fall nicht mehr aber was hast du ja noch als übrigen biomasse wenn du produzieren kannst okay ein bisschen biomasse ist noch übrig okay das hier weg dann zack 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 Und den da ran. Echt, der hat da. Welche Dinge sind denn da angeschlossen? Sagst du, das Ding ist voll? Das Ding ist voll. Oh Gott. Der muss schneller arbeiten. Ach, das sind die Miner hinten? Die so viel fressen. Kann sein. Die fassen doch extrem viel Strom. Die haben ja auch keinen non-stop. Die haben ja vier Stowages und vier Volllitzballer. Och, die werden langsam voll. Die Schmelzen reichen nicht. Jetzt mal hinsetzen, richtig. Okay, dann kann das sein geschlossen. Und das bin ich da angeschlossen. Komm schon. So. Was sagt denn die Energie da drin? Noch nicht mal hohe Auslastung. Läuft. Das ist wirklich nett. Was sagt jetzt die Auslastung in den beiden da? Ist gewaltig. Und gesunken. Danke, dann nehme ich den da mal wieder raus. Geht auf. Warte mal. Ich kann da beide rausnehmen. Okay. Ich muss dir aber gleich nochmal nachfragen. Ist ja nicht so, dass sie noch viermal Biofuel haben. Lul. Hätte ich ja gehört. Hätte ich ja spätestens gehört. Tchuuu. Aber ich stehe ja schon automatisch her. So. Aber wenn die dann eh nur noch weniger brauchen, dann passt das ja. Zack. Voll. Der nicht ganz. Aber egal. Hatte ich da nicht auch noch was drin? Nö. Nee, nee, nee. Das Ding ist gut. Du hast nicht zufällig die 1500 Wires, ne? Fertig. Nein. Warum sollte ich? Kommst du ihm wieder dran? Weil ich gleich alles beide andere fertig habe. Ich kann die auf die Schnelle fertig machen, ja. Mach die mal bitte. Sehe ich so aus? Man muss mir sagen, wo ich hin muss. Hä? Weil ich mich immer noch auf Eisen konzentriere wie ein Irrer. Ja. Das Kupfer, das gammelt bei mir denn in dem Container rum. Ohne Ende. Ja, das Kupfer, das ist das, was ich die ganze Zeit so verarbeite. Ja, weil ich habe mit Eisen hast du viel mehr. Ja, Eisen hast du generell viel, viel mehr. Mal wieder die... Das Ding dafür wieder brauchst du, dann brauchst du noch einen, weil du noch mehr Schrauben machen musst. Ich bin ja ganz einfach nur noch im Splitten wie ein Irrer da drin. Tja. Erst wird das alles zusammengemerged. Merged, 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 split, 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 merged, merged, split, 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 die ganze Zeit. Ja, damit du dir so viele Bahnen durchjagst. Hm. Und Splitte ist ja nochmal so dumm, weil ich das nochmal unten haben will. Falls ich mal irgendwann noch zugreifen will. Tja. Läuft bei dir. Läuft bei dir. Was geht ab? Nix. Ich steck jetzt gleich erstmal rein, ne? Ja. Das erste ist jetzt drin. Ich muss nur kurz nochmal zum Koffer hin. Aber die Fläche ist ganz schön groß geworden, ne? Ja, ist auch klar. Du machst das ja auch... Ich sag mal, du machst das ja für dich noch einfacher. Was? Du baust es ja für dich ja so groß. Ich hab das ja etagenweise. Ich glaubst doch nicht, dass das bei mir schon so nicht noch kommt, etagenweise. Du hast ja alles so komplett. Du kannst ja alles hier auseinanderbauen. Wie etwa. Wie etwa Etagen kommen, dann hab ich auch noch Ideen. Außer hätten eine Treppe hingebaut. Sondern mit Rampen. Hä? Du hast hätten Rampen hingebaut. Ja. Klar, dass man besser hochkommt. Dass man nicht komisch hochrennen muss. Oder hochspringen immer. Tschüss. Das müsste auch voller Eisen sein, ne? Was? Oben. Das Lager. Keine Ahnung. Und die Richtung, wo du gerade gerannt bist, eigentlich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass meine vier Stoaches fast voll sind. Aha. Aber muss erst 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 stellen, ne? Ja. Dauert ein bisschen. Ich seh's gerade. Klick, 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 klick. Hä? Ey, du nimmst das bei mir aus dem Inventar aus, du Schwein. Weil du daneben standst. Lol. Nein, ich hab's. Weil mein Inventar. Hä? Was ist das denn? Ich hab einfach nur gedrückt. Aber der ist mein Inventar angezeigt. Ich hab mich eben schon gefragt. Hä? Warum wäre das nicht mehr? Warum wäre das andere nicht weniger? Läuft. Läuft. Mehr wurde mehr bei dir, aber nicht weniger, ne? Hm? Ach, du hast die, du hast die Wire noch gar nicht automatisiert? Nein. Nein. So. Das kommt da oben, ne Etage höher ein. Okay. Das kommt ne Etage höher. Das ist das Wichtigste. Da ist das Fab Week. Für das Scannen. Und Biomast. Das andere. Das kann man schnell fertig machen. Fab Week. Ja. Sachen hab ich ja bei mir. Zum Herstellen. Wir sind schon wieder bei fünf Stunden. So geil. Okay. Das noch. Ich muss gleich nochmal speichern. Das sind halt die Pilze da unten noch. Das hatte ich ja vorher noch drin. Ich mach immer mal dies. Ich mach mal das. Dann vergrößere ich die Plattform. Dann baue ich da noch was hin. Dann habe ich hinten nochmal Wände mit den Fenstern ersetzt. Für die Convair Builds. Was echt gut ist. Dass du so halt einen geschlossenen Raum machen kannst dadurch, ne? Fabric, Missile und Lease. Okay. Das hatten wir aber zum Beispiel gestern nicht. Nein. Ne. Missile ja und Lease. Okay. Wieviel brauchen wir denn dafür? Wart. Äh. Das müssen wir nämlich scannen. Zehn Stück. Und fünf Missile haben wir nur. Ja. Wir müssen auch mal wieder losgehen.